Die Berge Ponce Sibien zwischen den Städten Mirbalet und Gros de Bouquet sind von unfruchtbaren Savannen durchzogen und warten mit ausgedehnten, sehr schwer zu überquernden felsigen und trockenen Gebieten auf. Ich ging nach Mirbalet. Man muss im Pfarrhaus von Gros de Bouquet schlafen und vor Sonnenaufgang aufbrechen. Der Aufstieg des Monarchaprit ist kurz, aber hart. Wir nähern uns ihm, als die ersten Sonnenstrahlen den See und die Sümpfe der Ebene treffen. Er ist in den nackten, scharfkantigen Kalkfelsen gehauen, der, wie es die Kreolen nennen, von Schabensteinen durchlöchert ist. Die Straße ist nicht mehr als ein Haufen Fels. Seit 2010 wird am gleichen Ort, in der gleichen kargen Landschaft, an einer neuen Stadt gebaut, Kanaan. Viele Menschen haben hier große Schwierigkeiten. Ein 19 Liter Eimer Wasser kostet einen haitianischen Dollar. Das entspricht in etwa 9 Cent. Und es gibt hier Menschen, die nichts haben, nicht einmal Arbeit. Für sie ist das sehr teuer, versteht ihr? Aber an der Quelle Tipi, in der kühlte Sack-Ebene bekommt man Trinkwasser kostenlos. Am 12. Januar 2010 ereignet sich um 16.53 Uhr Ortszeit nahe der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ein Erdbeben der Stärke 7,0. Nach Schätzungen der haitianischen Regierung sterben mehr als 300.000 Menschen. Große Teile der Infrastruktur und des Wohnraumes des Landes werden zerstört. Feldlazarette sowie die Zelte und Planen der 1,2 Millionen Obdachlosen belegen öffentliche und private Freiräume von Port-au-Prince. Im April 2010 müssen 6.000 Menschen aufgrund akuter Hangrutsch- und Überflutungsgefahren aus einem der Zeltlage der Stadt umgesiedelt werden. Auf Druck der internationalen Gemeinschaft enteignet die Regierung am Fuß des Bergmassivs Ponce-Sibien, rund 15 Kilometer nördlich der Hauptstadt, ein unwirtliches, karges Stück Land. Auf dem Schwemmkegel des Wildflusses Ravine Madaniel wird das Flüchtlingslager Kemkurai errichtet. 2011 konstatiert Jean-Christophe Adrien von UN Habitat, durch die Erklärung der Gemeinnützigkeit öffneten sie die Büchse der Pandora. Was als Notlager geplant war, entwickelt sich durch die Inbesitznahme Hunderttausender in nur sechs Jahren zur sechstgrößten Stadt Haitis. Doch Kanaan, dem gelobten Land, wie es von den Neuankümmlingen genannt wird, mangelt es an allem. Arbeit, Trinkwasserversorgung, sanitären oder ärztlichen Einrichtungen, Strom, Straßenbeleuchtung. Dem saisonalen Wildfluss Ravine Madaniel wird beim Bau der Camps nur halbherzig ein Flussbett ausgebaggert. Von befestigten Dämmen fehlt bis heute jede Spur. Im Niederschlagsereignis treten am 8. September 2013 die Wasser- und Geröllmassen des Gebirgsflusses über die Ufer. Hey Leute, hat das Wasser bis hierher gereicht? Wisst ihr, ob hier Häuser überschwemmt wurden? Und wie hoch? Der Fluss hier ist die Ravine Madaniel, oder? Wie heißt dieser Ort hier? Madaniel oder Madanel? Er sagt, hier sei Onaville und dort Koray. Die Gravine ist sie, die Grenze zwischen beiden Orten. Seit 2012 beschäftigen sich an der Technischen Universität München Masterstudierende in inter- und transdisziplinärer Arbeit mit landschaftlichen Folgeerscheinungen des Erdbebens in Kanaan. In Modellierungen, Szenarien und mehrmonatigen Forschungsaufenthalten nähern sie sich kleinmaßstäblichen und landschaftsbasierten Strategien, sowie städtebaulichen Planungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen. In Onaville, der östlichsten und am stärksten von Naturkatastrophen bedrohten Nachbarschaft Kanaans, kooperieren die Studierenden direkt mit Bewohnern, unterstützt von der Jugendorganisation Tetscho Haiti. In Nachbarschaftstreffen und Ortsbegehungen werden Naturgefahrenorte inspiziert, Anwohner werden über die Gefahr informiert. Gemeinsam werden in Workshops Hintergründe diskutiert, Zusammenhänge gesucht und Strategien entworfen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir tun können, um zu verhindern, dass Menschen sterben oder dass Menschen umgesiedelt werden müssen. Naturgefahren gab es schon, bevor Menschen hierher kamen. Aber erst seit Menschen hier wohnen, sind sie verbundbar. Denn erst die Präsenz der Menschen lässt Naturgefahren zum Risiko werden. Was können wir gemeinsam unternehmen, um Katastrophen zu vermeiden? Wir sind der Meinung, zuallererst müssen wir Prävention betreiben. Zweitens benötigen wir Sensibilisierung, drittens Entwässerung, viertens Wiederaufforstung und fünftens Zufahrtsstraßen in die Berge. Des Weiteren benötigen wir Unterkünfte. Wenn wir Prävention wollen, müssen wir vor allem vorbereitet sein. Um die Menschen zu sensibilisieren, müssen wir zweitens, wenn es regnet, unsere Jacken nehmen und zu ihnen nach Hause gehen, um ihnen zu zeigen, welche Notfallausrüstung man immer bereithalten und im Katastrophenfall mitnehmen sollte. Drittens haben wir von der Notwendigkeit des Kanalisationsbaus gesprochen, damit Wasser kontrolliert abfließen kann. Und viertens müssen Bäume an den Berghänge gepflanzt werden. Dazu benötigen wir die Zufahrtswege. Denn wenn wir Bäume haben, können sie die anfallende Wassermenge reduzieren, da Regen besser in den Boden eindringen kann. Der Regentropfen fällt zuerst auf ein Blatt, dann auf ein zweites und drittes. Er zerfällt, seine Kraft wird geringer. Schließlich trifft er auf den Boden und dringt in die Erde ein. Wenn der Regen direkt auf den Boden fällt, reißt er ihn auf die Straßen und es bilden sich Schlammlawinen, die sich in unsere Nachbarschaft ergießen können. Hier möchte er eine Mauer bauen, aber hier ist doch eine Abflussrinne. Hier bauen? Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Resultat des Workshops ist die Ausarbeitung eines Notfallplans für Unerville, sowie die Bildung eines Frühwarnnetzwerks bestehend aus lokalen Führungskräften, engagierten Bewohnern und Tetschu-Volontären. Diese Gruppe setzt die Arbeit der Münchner Studenten nach deren Abreise vor. Menschen aus 200 Haushalten in Naturgefahrenzonen werden im Juni 2014 sensibilisiert. Dazu dient ihnen der Merkzettel, was können wir gemeinsam gegen Katastrophen tun, der während des Workshops entworfen wurde. Am 3. Oktober 2016 reist erneut ein Teil der Forschungsgruppe nach Haiti, strandet jedoch im Atlanta USA. Wegen Hurricane Matthew werden alle Weiterflüge auf die Insel gestrichen. Vom Flughafen aus werden Mitglieder des Frühwarnnetzwerks in Unerville informiert. Zusammen mit Volontären des Haitianischen Roten Kreuzes gehen sie von Haus zu Haus und warnen die Menschen am Vorabend des Hurricanes. Die Wucht des Wirbelsturms entlädt sich an der Südkiste der Insel und hinterlässt eine Spur der Verwüstung, des Todes und der Lebensmittelknappheit. Unerville und Kanaan bleiben von all dem verschont. Am 5. Oktober können die Reisenden in unversehrten Port-au-Prince landen und ihre Arbeit in Unerville aufnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020